Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutschela und heute bin ich mal auf dem PTR zum Pre-Patch von Shadowlands unterwegs. Und hier wollen wir uns mal ein Feature anschauen, was von Blizzard viel Liebe erhalten hat. Es geht hier um den Friseursalon. Und da hat Blizzard einiges an Energie reingesteckt. Wir haben einen Haufen neue Features und das sind nicht nur kleine kosmetische, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wir können hier einmal loslegen und zwar klicken wir einfach drauf und dann haben wir hier mal diese Übersicht. Und eine ähnliche hatten wir vorher auch, die ist ein bisschen aufgehübscht hier. Und ihr seht gleich schon, wir haben hier oben verschiedene Buttons und ja, ihr habt es schon gesehen, wir können unser Geschlecht ändern. Heißt, wir können zwischen weiblich und männlich hin und her switchen, kostet 80 Gold. Davor hat Blizzard dafür ein paar Euro verlangt, dass man diesen Switch machen konnte. Ich denke mal, den haben auch nicht sonderlich viele genutzt. Mehr war das Interesse, denke ich mal, beim Server-Switch beziehungsweise eine Rasse zu ändern, einfach um diese Rassenbonusse oder Boni mitzunehmen. Aber das konnte man davor auch machen. Vielleicht gibt es ein paar ARP-Leute, die das gemacht haben. Blizzard hat sich jetzt dazu entschieden, dass man es ganz normal beim Friseur machen kann. Und dementsprechend mit 80 Gold ist es auch nicht so teuer angesiedelt. Ich werde meine Elfin hier aber weiblich lassen. Und ja, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns gleich das Zeug hier an, was wir alles ändern können. Da haben wir sehr, sehr viele Kosmetische. Aber davor schauen wir uns noch hier die Druid-Symbole an. Und deswegen bin ich hier auch mit meinem Druid dran, denn wir können auch jetzt festlegen, welche Gestalt wir haben wollen beim Druiden. Und das ist eine sehr, sehr coole Sache. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wir haben hier ein Menü, wo wir einmal so durchklicken können, was relativ lang, ja, obwohl es geht, eigentlich dauert. Aber wir haben auch hier die Möglichkeit, das auszuklappen. Und dann kann ich hier einfach so drüber fahren und kann mir dann die Druid-Gestalt aussuchen, die ich gerne möchte. Wichtig als Randinformation, ich habe hier natürlich mit dem Char alles freigeschalten. Dementsprechend kann ich einiges auswählen. Das sieht vielleicht bei euch anders aus. Was jeder Druid haben dürfte, sind die ersten drei Varianten. Und zwar sind es die normalen Farbvarianten. Die waren früher davon abhängig, was für eine Frisur bzw. was für eine Farbe eure Frisur bei eurem Elfen oder was ihr auch immer für einen Druid habt. Das heißt, wenn ihr dunkle, bläuliche Haare ausgewählt habt, dann war die Gestalt auch dementsprechend in der Farbe. Und wenn ihr, wie ich, weiße Haare haben wolltet und einen dunklen Bären, dann ging das nicht. Ja, dementsprechend musste man immer, durch eine Auswahl hat man verschiedene Sachen ausgewählt. Ihr habt dunkle Haare genommen, habt ihr einen dunklen Bären und eine dunkle Katze. Und mit der Änderung kann man jetzt quasi irgendwelche hellen Haare nehmen, einen grünen Bären und eine blaue Katze zum Beispiel. Also man kann das so auswählen, wie man das möchte. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Weil beim Druid ist es natürlich so, dass du, zumindest beim Feral und beim Guardian, dass du zu 99% in deiner Gestalt bist und du das Transmog so nicht siehst. Und dann ist es ganz cool, wenn du da ein bisschen eine Freiheit hast zum Auswählen. Genau, also jetzt schauen wir mal grob durch, was wir hier auswählen können. Das sind die fünf Grundfarben. Selbe gibt es beim Feral auch. Und dann können wir hier die ganzen Farben auswählen, die wir uns einmal aus der Ordenshalle in Legion holen können. Und die, die ihr freigeschalten habt, werden halt hier angezeigt. Heißt, wenn ihr was nicht freigeschalten habt, dann könnt ihr es halt auch nicht auswählen. So einfach ist es. Und ja, ihr seht auch richtig, hier sind auch die Gestalten drin vom Mage Tower. Und wir wählen uns jetzt einfach mal irgendeine aus, sagen wir, wir nehmen jetzt einfach mal hier diese lila Bärengestalt, die Leuchtebärengestalt. Und jetzt ist es so, dass wir auf Katze switchen können. Und hier haben wir dieselben Auswahlmöglichkeiten auch wieder. Also die normalen Farben, die wahrscheinlich dann jeder haben dürfte. Und dann auch wieder alles, was wir über Legion, über die Ordenshalle freigespielt haben. Und das Coole ist jetzt hier an der Stelle, wir können auch die Artefaktskins auswählen, obwohl wir das nicht auf die Waffe draufgemockt haben. Heißt, ich sage zum Beispiel, ich will hier diesen blauen Artefaktskin haben von der Artefaktwaffe. Und habe jetzt hier den Leader, das ging davor nicht, weil ich ja nur eine Waffe transmocken konnte, wenn dann die Guardian-Waffe oder die Feral-Waffe. Das kann ich jetzt ganz einfach machen. Jetzt schauen wir bloß noch als allerletztes hier die Fluggestalten an. Und da gibt es zwei zur Auswahl. Also das ist jetzt nichts, was uns vom Hocker haut. Hier können wir halt einfach dementsprechend die normale oder die Legion-Version nehmen. Und wenn ich jetzt auf Annehmen drücke, dann haben wir quasi einmal hier die Bärengestalt, die wir ausgewählt haben. Und hier einmal die Katzengestalt. Und unabhängig davon können wir jetzt auch noch die Frisur quasi gestalten. Also das ist nicht in Abhängigkeit miteinander. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und eins hatte ich jetzt noch vergessen zu erwähnen. Was hier auch drin ist, ist diese Flammendrid-Gestalt. Hier die ganz letzte. Die ist ja keine, die du über die Ordenshalle freispielen kannst, sondern die gibt es über Firelands, über einen Drop von Maiodomus. Und ja, das war vorher ein Toi, beziehungsweise so ein Stab, den man looten konnte. Und jetzt gibt es auch als dauerhaftes Transmog in Anführungszeichen oder als Frisur, wie man es auch immer betiteln möchte. Ist auf jeden Fall eine coole Angelegenheit. Und ja, dadurch können wir halt das auch dauerhaft drauf haben, ohne dass wir unbedingt jetzt ein Toi brauchen oder dementsprechend den Stab. Ich schätze aber, zum Freischalten werden wir trotzdem einmal das Ding brauchen können. Aber dann wird es wahrscheinlich auf dem ganzen Account funktionieren. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit den Druid-Gestalten soweit durch. Dann würde ich als nächstes einmal hier die, ja, die verschiedenen Frisuren, beziehungsweise die anderen Sachen mir mal angucken. Ich habe mir überlegt, ob ich da einzelne Videos zu mache. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr auch andere Klassen sehen wollt, beziehungsweise immer der Hinweis, ihr könnt das auf dem PTR auch selbst nachschauen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was Blizzard da so gemacht hat. Was kann man quasi jetzt noch zusätzlich hier ändern? Wir haben einige Gesichtsformen, die hat es, glaube ich, vorher auch schon gegeben. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob Blizzard da jetzt großartig neue eingefügt hat. So oft erstelle ich mir tatsächlich keine Chance, dass ich da im Bilde bin. Aber wir können einfach mal ein bisschen durchgucken. Nehmen wir jetzt einfach hier mal die Nummer 9 und schauen auch mal wegen den Farben durch. Ich meine so einen ganz dunklen, ich habe vorhin auch mal ein bisschen rumgespielt. Hier, so einen ganz schwarzen Elfen hat es davor nicht gegeben. Den nehmen wir jetzt einfach mal, um mal ein bisschen was Neues zu probieren. Und was ich aber sagen kann, die Frisuren, da sind einige neue dazugekommen. Schauen wir hier mal, also die gab es, glaube ich, vorher alle schon. Vielleicht gucken wir es mal so von der Seite, dann sieht man die ein bisschen besser. Die gab es bestimmt auch schon. Und ihr seht, hier haben wir einmal mit einem H-Band drin. Das habe ich, glaube ich, davor noch nicht gesehen. Dann, was haben wir hier noch so? Ich glaube, hier mit dem Zopf hinten, das hatte ich auch noch nicht gesehen. Zwei Zöpfe. Gut, die ist, glaube ich, auf jeden Fall neu. Halt nicht die, sondern das hier. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Wir können jetzt auch so durchklicken. Dann gibt es auch eine Glatze. Das ist definitiv neu. Und der Bob ist, glaube ich, auch neu. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Und hier gibt es auch noch eine mit so einem, ich weiß nicht, ist das ein Sidecut? Ist das nicht, das ist so seitlich gebunden. Mit Frisuren kenne ich mich übrigens nicht aus. Und Struppig gibt es dann auch noch genau Farben. Meine ich, sind auch ein paar neue dabei. Bin mir dabei, wie gesagt, auch nicht ganz sicher. Ich meine, also Orange habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Und so ein, das könnte vorher schon dabei sein. Und das hier ist so ein bisschen angelehnt an die, ähm, na, wie heißen sie? An die Elfen aus Suroma. Ne, ihr wisst, was ich meine. Die haben da auch so komische Haare. An die Void-Elfen, genau. Ne, das waren nicht die aus Suroma. Egal. Aber an die Void-Elfen. Die Hochelfen waren die aus Suroma, ne. Und die Void-Elfen, die anderen. Die haben auch so ein bisschen zweifarbige Haare. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, oh, ups, jetzt bin ich rausgegangen. Das passiert schneller, als man denkt. Egal, wir stellen das jetzt nochmal so dunkel ein. Ich will einfach nur ein bisschen gucken, was es da Neues gibt. Lassen wir das mal drin. Dann kann man so Ranken in die Haare reinmachen. Das ist definitiv auch neu. Wo ich sagen muss, ja, gut, kann man machen. Die kann man dann sogar in der Farbe ändern. Ich denke mal, bei dem einen oder anderen wird es passen. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so toll. Aber das ist ja immer Geschmackssache. Wir lassen jetzt die Ranken einfach mal drin. Halt, ich will die ganz dunkel haben. Wo haben wir das vorher gehabt? Hier, oder war das das? Schwarze. Genau. Also lassen wir einfach mal, sagen wir mal, solche Ranken drin. Und dann können wir die Augenbrauen noch ändern. Ich weiß zwar nicht, wer so eine buschige Augenbrauen will, aber wir nehmen jetzt mal hier, oh, das ist das Falsche. Wir nehmen mal die gebogenen Augenbrauen. Und dann kann man noch die Ohren ändern. Ich glaube, das gab es vorher auch schon. Aber ich meine nicht, dass es so viele Funktionen gab. Oder gab es Ohren? Ich bin mir überlegen. Könnte auch neu sein. Also man kann ganz dünne, auch so breite Ohren nehmen und ein bisschen verkrüppelte. Wir machen jetzt mal hier die wilden Ohren. Und ja, das ist der erste Tab quasi. Und der zweite Tab, den wir haben, da können wir dann auch andere Sachen einstellen, wie zum Beispiel hier Narben. Gibt es verschiedene. Weiß ich jetzt. Also, gut. Das ist eigentlich ganz nice. Ich denke mal, bei einem männlichen Schaf, finde ich es fast ein bisschen cooler als bei einem weiblichen. Und dann haben wir die Zertowierungen. Da gibt es halt auch ohne. Und x Varianten, die gab es, meine ich, vorher schon. Also die Nachtelfen hatten vorher schon Tätowierungen. Jetzt nehmen wir einfach mal das hier zum Beispiel. Und dann kann man halt hier auch die Farbe ändern von den Tätowierungen. Von grün bis wirklich hier rot. Das lassen wir mal. Dann kann man auch noch so einen Kopfschmuck nehmen. Und da gibt es zwei Auswahlmöglichkeiten bei den Elfen zumindest. Einmal so ein Band, würde ich jetzt mal sagen. Es ist fast wie eine Halskette sieht das aus. Sieht man jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schlecht, weil ich so riesen Augenbrauen habe. Und dann gibt es halt auch nochmal so Ranken. Das passt dann aber tatsächlich wieder ganz gut mit denen, die wir in den Haaren haben. Also das könnte man zum Beispiel machen. Ich weiß jetzt nicht. Wahrscheinlich ist die Farbe dann hier auch ähnlich von den beiden Sachen. Dann können wir noch Ohrringe nehmen. Die Mondsichel sieht man nicht. Ah, die ist hinter den Haaren versteckt. Okay, die würde man dann nur sehen, wenn man dementsprechend ein bisschen andere Haare hat. Okay. Und ja. Dann haben wir noch einen Nasenring, den wir benutzen können. Nehmen wir mal hier den kleinen zum Beispiel. Und dann gibt es sogar noch eine Halskette. Also wir können dann hier eine Kette oder so ein Halsband nehmen. Weil das Halsband, das sieht mir irgendwie eher so nach SM mäßig aus. Und dann gibt es natürlich auch wieder Ranken. Ja, wenn man noch nicht genug Ranken hat, kann man hier nochmal Ranken mit dazu nehmen. Genau, das können wir jetzt einmal abspeichern hier. Hat jetzt knapp 50 Gold gekostet. Unterm Helm sieht man natürlich sowieso nichts. Außer die Augenbrauen, die sieht man raus. Und dann könnten wir uns auch noch angucken, was es bei einem männlichen Elfen gibt. Und hier gibt es anscheinend sogar noch eine dritte Funktion, Tätowierungen. Jetzt muss ich mal gucken, warum gibt es das beim weiblichen Char nicht? Okay, der männliche Char hat dann noch Unterarm-Tätowierungen, Wild und Eule. Okay, nehmen wir mal Wild. Jetzt schauen wir hier auch mal grob durch. Also die sind irgendwie alle... Warte mal, gibt es da kein Gesicht, das nicht grimmig schaut? Hä, was ist denn mit den Elfen verkehrt? Das ist... Das ist alle... Also ich würde jetzt mal alle als grimmig bezeichnen. Gut, der ist vielleicht eher ein bisschen fertig. Okay, wir nehmen mal den hier. Irgendwie sieht mein Elf fast wie ein Verdorrter aus. Was kann ich denn da so benutzen? Ich will auch mal wieder so einen dunklen haben. Ich mache so einen dunklen Elfen. Was haben wir dann an den Frisuren? Die hatten davor schon relativ viele. Die habe ich glaube ich auch schon alle gesehen. Ich schaue gerade welche neu sind. Also ich glaube den Iro, den gab es vorher noch nicht. Meine ich. Also einen Iro habe ich vorher noch nicht gesehen, außer mit dieser Irokesen-Granate. Dann haben wir hier so einen langen Zopf. Eine Glatze gibt es auch. Dann gibt es einen Sidecut. Okay, interessant. Man-Dot oder okay, Knoten. Also ich glaube die hinteren sind die neueren. Und das ist so ein Iro quasi weiter gedacht, hinten zusammen gebunden. Hat bestimmt auch einen Fachausdruck, den ich jetzt nicht kenne. Okay, sowas nehmen wir jetzt. Ich bin überlegen, ob ich eine Glatze nehme. Ich mache so einen Hipster-Typen. So rübergecampt. Sidecut. Okay, machen wir das. Was haben wir dann da noch? Ach, du kannst dann nochmal die Koteletten einzeln machen? Ohne? Gepflegt? Das sieht, also wie, ich kann auch keine Koteletten machen, wenn ich einen Sidecut habe. Wo kommen die Haare bitte schön her? Okay, nein. Nein, 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 nein. Wir machen hier jetzt keinen. Und dann gibt es auch noch Schnurrbärte für Elfen. Interessant. Das sieht so weird aus. Das sieht so weird aus, dass es schon wieder gut ist. Okay, er kriegt einen gepflegten Schnurrbart. Was haben wir dann hier? Achso, einen Bart gibt es auch noch. Ah, okay. Davor gab es doch... Also, ich habe immer nur weibliche Elfen gemacht, ne? Bin ich mir nicht sicher. Dann gibt es hier jetzt noch einmal die Bärte kurz. Was haben wir da? Mittel, lang, voll. Dann so einen gebundenen. Dann mit Ranken. Passt eigentlich. Okay. Was haben wir dann hier noch für Optionen? Augenbinde. Achso, wir können so eine Illidan-Binde machen. Oh, fuck. Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Ich bin wieder rausgegangen. Also, das muss ich sagen. Sobald du dich bewegst, bist du halt raus. Egal. Jetzt ist mein... Mein vorgefertigter leider wieder weg. Jetzt müssten wir alles neu einstellen. Aber wir wollen uns ja nur angucken, was es hier quasi gibt. Aber die Augenbinde, das ist ein bisschen enttäuschend. Es gibt nur eine Leinen-Augenbinde, ne? Und bei den Augenbrauen... Halt, die machen wir jetzt wieder raus. Gibt's ähnliche... Aber da gibt's ein paar mehr. Wie bei den... Alter, was... Was zur Hölle? Mehr Augenbrauen als Gesicht. Okay. Also, die Augenbrauen nehmen ein bisschen überhand, muss ich sagen. Also, das würde ich jetzt nicht machen. Dann Ohren gibt's wahrscheinlich ähnliche Würde mit weiblichem Schaß. Mhm. Und dann die Narben. Ja, bei einem... Ach, schau mal. Was haben wir denn da? Teldrazil. Achso, das ist eine Brandnarbe. Ah, okay. Verstehe. Einen Kratzer gibt's. Einen Riss. Eine Klaue. Okay. Dann kann man noch die Augenfarbe... Haben wir die Augenfarbe vorher bei dem weiblichen Schaum gestellt? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die haben wir versehen nicht übersprungen, aber der Augenfarbe gibt's auch. Man kann's sogar komplett schwarz machen. Also, es gibt auch diese zweifarbigen Varianten. Und die komplett schwarzen, die haben auch was. Über den... Und dann... Gut, die Ranken. Ja. Hm. Und dann gibt's halt auch die Rankenfarbe. Gut, okay. Ich würde sagen, dann haben wir soweit alle Funktionen gesehen. Es gibt natürlich teilweise andere Funktionen mit anderen Rassen. Deswegen müsste man sich da jede angucken, um die ganzen speziellen Sachen zu sehen. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben. Falls ich noch mal andere Rassen anschauen soll, die kann ich mir dann auch bei der Charaktererstellung mal angucken. Dann können wir gerne noch mal ein Video machen, um so ein bisschen drüber zu gehen. Aber das waren jetzt so die groben Funktionen. Wichtig war mir jetzt halt, dass ihr seht, die Druid-Gestalten kannst du echt cool anpassen. Und du kannst halt männlich-weiblich basteln. Und es gibt wirklich richtig viele neue Funktionen. Das Einzige, was es halt nicht gibt, man kann jetzt nicht den... Ja, die Körperproportionen anpassen. Aber ich denke mal, das werden sie auch nicht anfassen, das Thema. Weil dann hast du halt immer die Problematik, dass du jedes Gear-Teil anpassen musst. Und dann wird es halt schwierig für Blizzard. Und da wird es halt relativ viel Aufwand mit sich bringen. Gut, das war es mit dem kleinen Video. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen jetzt ein bisschen weitergeholfen. Dass er sich schon mal überlegen kann, okay, was will ich aus meinem Charakter machen, wenn der Shadowlands Pre-Patch live geht. Und ja, dann sehen wir uns gerne wieder beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.